Gibt es einen Raucher der Pflanken, der die schlecht ist? Wir zwei sind wie Lenzer und Spätzlein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Serie Schwäbisch für Anfänger. Und heute wollen wir den lieben Kollegen aus Norddeutschland mal beibringen, wie man im Schwäbischen so flirtet. Was ist ein Bubenfützele? Ein Bubenfützele. Das ist ein Fütze von einem Buben. Ein Gschleck. 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 Mit Geh davor. Gschleck. Gschleck. Na, nee. Gschleck. 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 Okay. Also schon so richtig rumknutschen. Rumknutschen, ja. Genau. Ich habe jetzt irgendwie noch diese Ansprechsituation im Kopf gehabt. Okay, wir waren schon einen Schritt weiter. Beim Schwaben geht das schnell. Gschleck. Ein Flirt. Richtig. Poussieren heißt flirten und ein Boussage ist der Flirt sozusagen. Ein Boussage. Ein Boussage, ja. Also man hört immer wieder leicht diesen französischen Einschlag. Auch eine Eigenart des Schwäbischen ist, wenn man, also man sagt zum Beispiel Gerd, du siehst du gerade. Also irgendwo hineinschlüpfen, oder? Naja... Also tatsächlich haben Schwaben diese Art, quasi Kosenamen, also nicht Mausi, Hasi, sonst was, sondern man gibt eher so Lurchen und sonstige Geschichten. Ist eher so, willst du mal einen Minorschlupfen, wenn man das so auf dem Sofa legt und so. Also eher kuscheln? Genau, das ist kuscheln, in die Richtung, genau. Ja, ich hätte jetzt an was anderes gedacht, aber... Man sagt zum Beispiel auch, du goldige Schneck. Also eine Schnecke. Ja, aber trotzdem ist es ein Kriechtier. Ich finde, eine Diskrepanz ist halt irgendwie lustig. Du willst jemandem ein schönes Kompliment machen und gibst ihm quasi Kosenamen von Kriechtieren. Okay, ich versuch das jetzt mal. Es ist nicht einfach, ne? Ich hoffe, dass ihr das... Ich helf dir gerne. Ja, okay. Also... Ähm... Servus. Ich bin der Hannes. Gefälscht mal. Wollen wir nicht Ahn... Oh... Ohbändle. Ohbändle. Vielleicht gibt's dann auch ein bisschen... Geschleck. Hehehe... Ja. Mhm. Ja. Ich bin der Mann. Vielen Dank.